Hey, mein Name ist Andreas. Kurz zu meiner Vorgeschichte. Meine Mutter ist an Hautkrebs erkrankt und deswegen bin ich ein bisschen übersensibel und check in der Dusche auch ständig meine Muttermale. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich die Muttermale beim Hautarzt entfernen habe lassen. Dadurch habe ich auch immer sichtbare Narben davongetragen, die eben zurückgeblieben sind. Vor drei Monaten habe ich mein erstes Muttermale mit der Lea Lea Creme im Intimbereich entfernt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber es hat alles wie beschrieben funktioniert. Ich habe nach dem Auftragen nur ein leichtes Brennen gespürt. Das Muttermale ist schon nach sieben oder acht Tagen abgefallen und mittlerweile sieht man fast nichts mehr. In Summe kann ich einfach sagen, dass die Behandlung erstens einfacher, zweitens weniger schmerzhaft und drittens sogar günstiger war als beim Hautarzt. Ich kann nur sagen, probiert es einfach mal aus. Ich habe nach dem Schmerz Jaunschutz für mich die Lea 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 Leir, Heute Morgen.